Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir sind im Kurs B2 bis C1. Wir machen heute Literatur. Wir hören einen Text in Mundart, und zwar in badischer Mundart, von Emil Mainzer. Das ist die Art, wie man hier im Raum Karlsruhe spricht. Beim Doktor. Gesundheit des Ischens höchste Gut. Drum tut ein jeder Strebe. Strebe, dass er stets das Rechte tut, um jo gesund zu leben. Den Herrn Doktor, dann und wann, soll man um Rat befragen, wann ihm die Schmerzen plagen. Doch alles im Leber hat zwei Seiten, so ist's mit der Sprechstundseite. Man hockt mit bittersaurer Miene, sammendrückt wie Ölsardine. Manchmal, ach du liebe Zeit, so circa vierzig kranke Leid in des Doktorer-Wateraum. Keiner kann's erwarten kaum, bis er an der Reihe ist schließlich, Warterei stimmt Euen verdrießlich. Während der Eune Rätsel löst, hockt ein anderer dort und löst, der Anna schnappt sich voll Begierde, gleich ein Arm voll Illustrierte. Er tut bloß Blättern und nicht lese, weil das Isch nie sei Fall gewesen. Manch kranke Klopfe sprich, zu der es sorgt, gehör auch ich. Viele tun ganz laut verzähle, was alle sie vor Schmerze quäle. Bei manchen bisch vor staune Blatt, die händ schon jede Krankheit gatt. Bei denen geht's beim Doktor Fix. Er weiß jo gleich, dem fehlt jo nix. Ja, sie können versuchen, diese Mundartzeilen in Hochdeutsch zu übertragen. Ich werde ihnen in den nächsten Lektionen und Übungen dabei helfen. Tschüss, bis zur nächsten Folie.